Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorvath. In einer Kriegssituation braucht man Ruhe, sagte Ministerpräsident Viktor Orban. Der Premierminister erklärte, es liege im Interesse des ungarischen Volkes, Ungarn aus diesem Krieg herauszuhalten. Und Ungarn werde keine Waffen oder Soldaten in das Kriegsgebiet schicken. Der Ministerpräsident erklärte, dass sie auch beschlossen hätten, Waffenlieferungen über die ungarisch-ukrainische Grenze nicht zuzulassen, weil es Ungarn in Transkarpathien gäbe und sie keine jener Schritte unterstützen würden, die ihre Sicherheit gefährden könnten. Entlang der Grenzen würden sogenannte Hilfepunkte eingerichtet, an denen von nun an Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen würden, sagte Miklos Scholte, Staatssekretär für kirchliche und ethnische Beziehungen. Als Vorsitzender des Nationalen Koordinierungsrates für humanitäre Hilfe betonte er, dass Essen, Trinken und jegliche Hilfe für die Bedürftigen gegeben würden, die vor dem Kriegskonflikt fliehen würden. Vorerst haben internationale Sanktionen die Kunden einer in russischem Besitz befindlichen Bank in Ungarn gestört. Die ungarische Nationalbank hat für Montag und Dienstag der Sperrbank an den Bankruhetag angeordnet, um die Lage der Bank zu überprüfen. Istvan Binder, der Sprecher der Aufsichtsbehörde der Nationalbank MNB, sagte, das Geld der Kunden der russischen Bank sei sicher garantiert durch den Nationalen Einlagensicherungsfonds. Bis Mittwoch könnten Kunden noch unbegrenzt mit Kreditkarte bezahlen und Bargeld an Automaten abheben. Auch auf Großhandelsebene führte die Regierung eine Treibstoffpreisbremse ein, teilte das Ministerium für Innovation und Technologie MITM mit. Mit anderen Worten darf ein Liter Kraftstoff nicht teurer als 480 Forens sein. Die Maßnahme soll verhindern, dass der Handel gezwungen wird, Kraftstoffe unter dem Anschaffungspreis zu verkaufen. Der im vergangenen November eingeführte Kraftstoffpreisstopp gilt noch bis Mitte Mai. Die Nationale Agentur für Gesundheitsforschung NECU und die Universität Debrecen haben eine strategische Vereinbarung im Bereich klinische Studien und pharmazeutische Forschung unterzeichnet, teilte der Minister für Humanressourcen mit. Miklos Karschler sagte, dass die ungarischen Gesundheits- und klinische Forschungen und Studien an der Spitze Europas stehen würden und die Zahl der klinischen Studien in den letzten Jahren trotz des Coronavirus-Epidemie zugenommen hätten. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017